Ich glaube das war der, doch mit dem Koks. War das nicht mit dem Koks? Nein, das war ein anderer, das war der andere Flughafen. Ne, da hatten wir doch nichts. Dafür ist Lester. Aber, ne, letzte Woche war das da, oh hier, wo jetzt mal die NPCs über den Haufen gefahren haben. Das war dann doch ein Stück woanders. Sven, die von David bereit. Aber ich sag mal, Sven, ich weiß ja nicht, was in seiner Gegend manchmal so abgeht. Vielleicht hat er gedacht, er hat zu Hause, ja. Was ist das denn? Ach, ich weiß, was das ist. Ich verstehe. Oh, Mist. Ja, moin. Ich schieße halt das halbe Ding auf ihn und was macht er so nicht direkt? Ja, war aber Kopfschuss. Was gibt's denn hier für scheiß Waffen? Also ich muss auch sagen, das Level ist irgendwie langweilig, ne? Ja, die hatten wir das bisschen. Da steht das Blonde. Da steht das Blonde. Camper. Ja, scheiß Camper, das kann er ja. Das kann er da. Campen kann er. Oh, ganz arisch, ich musste mir das jetzt gönnen. Verreck' es mal. Ey, ich schieße ein ganzes Magazin auf dich. Du musst auch im Kopf zielen. Ja, Annel, was mach ich denn? Gar nix. Ich hab die Stahlschädel, da kommt nix durch. Nix ordentliches auf jeden Fall. Die sind Dickschädel, das wissen wir. Ja, kennst du nicht. Das Geile ist, durch die Dinger kann man nicht schießen, durch die Gitter. Ja, das geht nicht. Deswegen ist es ja relativ langweilig, weißt du? Ja, es ist ja auch zum Testen. Dafür machen wir das ja, um ein bisschen auszusortieren. Das sind geile Maps, was nicht, was kann man behalten. Nicht wahr? Scheiße. Ja, mit einem Minigun. Ja, Mimimi. Ja, die... Ich sehe schon wieder der erste mit Granaten. Das kann eigentlich nur der Markus sein. Aber ein Vorteil ist das, es gibt hier keine Autos. Aber was Blondes verstirbt hinter der Mauer. Nee, wo kommst du noch einmal her? Ja, fang ganz oben auch her. Scheiße. Hätte ich dich anvisiert. Ah, da war auch wieder der unnachschnittliche Markus. Los. Ich höre schon wieder nur Granaten-Cover. Bumm. 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 Was soll ich da die Granate, die getroffen hat. Hhh. Hiss. 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 Aua. ich habe das gesät mit diesem kevin braucht kein mensch kam er blondie ja klar hat mich von hinten getroffen denn nämlich so dem nicht gewesen hast du das jetzt geschafft ja ich habe es halt drauf war klar ich habe dich gesehen ich hab dich gesehen aber machen kannst du trotzdem nicht weil sie herrnigen kriegt wenn sie er kann ja herrn m ich habe gekämpft für den ob man aber einsteuern kommen ich dann ob irgendwo bist du kommst aber gut hat sagt ich habe vielleicht viel der katholik oder um die ecke da oben die ganze zeit fragen warum der punkt da ist ich habe keinen ich habe den punkt ich bin gerade aufgegangen ich werde gestorben auf durch die spieler und waren wir wollen wir noch die ecke weil sich das komische blonde davon miss august svensburg sven bh wie man kann da nicht durch ist natürlich ich habe nicht neben mir aber das ist nicht wahr dafür zieht er komplett durch die wände geschossen ich habe nicht durch die wände geschossen ich hab auch nicht gezielt ja vom boden das kann man nicht sein wo es was ist falsch mit mir alles alles was ist richtig mit dem ein bisschen kürzer dran ich habe mich aber noch erwischt ich hab's gesehen wo du stand ich hatte keine andere war ich musste im scheiß kreis bleiben das kürzer tierisch an aber wir das ist nicht wahr zum kotzen aber aus körperhalter ein trikot rassen voll aus ich hätte dreimal erkämpft mir dann gut also ich habe schon über 300 punkte teilweise ja weißt du das zeigt doch eine klasse genau das zeigt eine klasse der ist doch nicht mehr normal dieser morkels doch hat der kämpft der da hinten hinter der wand ja klar erkennt er hat eine vorbeigestimmt wird kommt ja genau die ersten drei Kräfte ging schon durch die wand nein das ist doch nicht wahr der spielt da immer noch ja dieser scheiße du kippst nur in dem einen punkt ist der kriegst du so viele punkte wie hier kennen wir den einen punkt wo gerade jemand aneinander gegillt ja 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 ich glaube ich durch die halbe map ja 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 aber wirklich prickelt ist die map nicht unbedingt ja ich werde schwer durch die wand geschossen ich denke man kann nicht durch die wände schießen kann man auch nicht ich hätte von drei seiten geschossen das ist nicht wahr hör doch auf dann ich krieg keine kills hier ab und ich hätte nicht wenn ich nachher vom rücken geholt werde du musst es mal so sehen was muss ich denn so sehen in jeder map gibt es ein opfer er muss es mal an nahe sehen vierter dritter ich bin auch noch weg zu dem scheiß punkt gekillt waren die ganze zeit steht der kassel der band eben punkte worte vom augen kommt meist kommt auch von hinten ja die rique steht meistens auch in einem punkt und steht dann steht da mir noch ich komme ich habe meine aufmacht das überhaupt nicht an einem punkt steht ich bin gar nicht zeit gelaufen sagt man dann da kämpft ist einfach aus die schichtige aufnahme ja ja brauche ich habe ich ein bisschen ausstehen ja punktemäßig aber nicht ich bin nicht in der runde jetzt das war jetzt glück dass ich hier bei dem postkampf vorhin mal gewonnen habe ach kevin da muss doch das opfer sein kennst du ne Vielen Dank.